Arbeiten, also das ist jetzt ja kein Indiz, deswegen meine ich ja, kommt immer drauf an, wenn's passt, dann passt's. Ich frag sie einfach mal, ob sie morgen einen Brückentag hat oder nicht. So machst du's. Weißt du, was ich meine? Ich würde jetzt halt nicht Nein sagen, nur wegen der Zahl. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn du merkst, okay, das ist so eine junge Studentin oder die hat nur Blödsinn im Kopf oder keinen Plan vom Leben, dann ist das wieder was anderes. 22 hatte ich schon meinen Job und hab schon meine erste eigene Wohnung, also. Genau. Von dem her. So, mit O. Wo sind wir dann? So, mal gucken, ob die antwortet oder ob die auch gleich wieder. Ja. Mich ignault. Die Stange. Ja geil, jetzt keine große Waffe oder was los? Okay. Doch, da hinten ist doch ne Pumpe. Oh, oh. Ja gut, danke. Hm. War ein bisschen Blenden. Kevin ist schon wieder voll dabei. Ich wollte grad sagen, Kevin cleart schon für uns. Damit die Noobs leichter haben. Ja. Nur wegen der Statistik, Marvin. Oh, da ist n Dings. Nicht auf mich. Habe ich nicht erwischt, hey. Ich hab die ganze Zeit auf den geschossen. Hattet's aber auch gepasst. Hattet's aber auch gepasst. Hattet's aber auch gepasst, wie du so, ja da ist n Dings und alle drei Spieler. Jockey. Hattet's aber auch gepasst. Nee, lass mal. Ich hab auch nur so ne ganz komische Waffe. Achso, da hängt einer an der Pfanne. Hier liegt ne Waffe. Weg mich. Die Lose brennt. Bleib nach. Hey, hör auf damit. Hattet's. 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 Ach, hey. Dankeschön, Bigfoot is real. äh ja ich danke auch ja ich danke auch ja verrückt ob das wohl floh ist oh man hängt da so ein bisschen ab ja oh man ich hänge ne floh heißt floh 96 also es ist der gleiche sein naja gut wer auch immer das ist trotzdem vielen dank da ist ein jockey auf dem kopf hat und der andere kommt und haut ihn nur so runter diese gleich unten ja aber besser runter als da zehn stunden auf mich drauf schießen okay dann machen wir das in zukunft so da muss man hier bestimmt drüber springen da runter meinst du ne rüber an die leiter hola ok jetzt bin ich dir runter gefolgt und bin äh nirgendwo mir gehts hier weiter ah ok ach so das verkämmt oh ich bin so jetzt habt ihr wieder die typen getauscht ihr macht mich fertig ich bin der flinke bill aus den wilden westen jetzt sieht eher nach vieren am krankkrieg aus aber ok hier liegt eine rohrbombe die 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 hm was denn ah hier gehts weiter ich glaube eine gute idee erstmal hier oben stehen zu bleiben ja vorsichtseure vorsicht zunge ja war eine gute idee Kann ich das Auto berühren? Oh Gott. Wollt ihr mich verarschen? Ging ja schnell. Guck mal wie viele der geholt hat, he. Dreimal so viele wie wir. Ach so, Marvin, das wollte ich dir noch erzählen. Total eklig, der Eistee in seinem Bier hat sich unten abgesetzt. Jetzt hat er gerade kräftig schütteln müssen. Jetzt hat er gerade kräftig schütteln müssen. Ja, das kommen wir auch noch dazu, ne? Bei der Hitze. Naja, egal. Das ist echt, aber wieso? Das ist ein Eistee ist doch Wasser, oder nicht? Möchtest du, glaub ich, gar nicht wissen? Ja, und Zucker. Dann hat es wieder Zucker unten abgesetzt. Aber es war braun, ne? Also... Weil hier liegen noch zwei Medikits, gell? Ja, was mir braun ist. Ein vorsichtbraun ist. Ne, das hatte ja die Farbe vom Eistee. Hier ist ne Kettensäge, falls jemand Lust auf ne Kettensäge hat. Ja, hier liegt halt immer noch ein Medikit, also... Ja, ich hab... Ich bin eigentlich voll so, ne? Oh! Darger da draußen! Huh! Wo ist Kevin hingerannt? Ja, oben drin, äh, Feuertreppe. Der spielt das jetzt alleine durch, weißt du? Mit dem Gris. Duhh, wo du du. Ah, wird ja. Ach genau, ich wusste es, ich will Kevin nachlaufen, dann holt mich irgendein, dann ist Kevin nicht da um dich zu retten. Oh, 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 oh. Ich trau der Sache nicht. Hey, wo bist denn du? Draußen. Draußen. Das Fenster raus hier. Ja. Hm. Da, da, da. Ich hab gesagt, ich hab' ich leider nicht gehört, die Zombies schreien so laut. Ich dachte, es dir wär' kalt. Wow, fuck! Aber ich komm' da leider nicht hoch. Ich komm' da nicht hoch. Einmal Profis. Nimm's weg! Hilf mir vielleicht mal jedem! Oh! Toll! Sehr schön! Aber ich hab' Medikit... Ach, hab' der schon mal. Das ist doch 8 hin. Na scheiße. So ein scheißer Maum, ist da draußen jemand? Ich hab Kevin gefunden. Ah scheiße. Was ist denn dann? Kevin, hier habe ich eine Waffe, falls du eine willst. Ja, wohl doch, ich kann nicht mehr so. Kann ich auch mein Dings haben, mein... Ne ne, alles gut. Ich nehme ein Jagdgewehr. Da hat es bestimmt Medizin gegeben. Da, bläppel. Da, da! Hier gibt's Waffen! Oh nein, Pico. Smoke, die! Not enough! Lade nach! Will ich noch Kotze? Oh shit! Not enough! Not enough! Und irgendwie Boomer Kotze? Not enough! 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 Nur so am Rande, wenn ich sag, hier unten ist ein Tank, heißt es nicht, kommt alle runtergerannt und lasst euch töten, sondern nur damit ihr Bescheid wisst, dass da unten ein Tank ist. Ja gut! Wollen wir nicht von hier unten grad? Nee, nee! Ich glaub nicht, dass wir hochgelaufen sind, ne? Wir sind runtergelaufen! Ja! Diese verdammten Hurensöhne haben gerade ihr eigenes Todesohol unterschrieben! Diese verdammten Hurensöhne haben gerade ihr eigenes Todesohol unterschrieben! Das war wieder eine Witch! Ach, verdammt! Ich hab denjenigen gehoffen! Sorry! Alles gut! Mist! Oh! Ich bin raus! Hallo! Ah! Joker! 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 Danke! Hey! Hör auf damit! Ja! 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 Welches Lager? Hier oder was? Äh, hier? Laut dem Pfeil an der Tür... Ah, hier! Ja, okay! Oh! Halt! Entschuldigung! Also die Tür aufmachen! Nicht zumachen! Hey Bill, verratzt du dich besser? Das macht halt so absolut keinen Sinn. Was? Wie ich 10 Meter von denen entfernt stehen kann und mit der Shotgun die mit einem Schuss umniepen kann. Ja. Ja bitte Bubi. Ja, sag mal. Get it. Entschuldigung. Ups. Es bricht mich um. Schieß nicht auf mich. Ich muss mich verarzten. Ich hatte die Augen zu, entschuldige. Ja. 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 Nein. Ja. Aber was hast du getan? Irgendwas angezündet. Achso. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Entschuldigung. Oh, das wollte ich nicht. Welcher Weg ist frei? Nein, ich hatte so ne... Ich komm nicht an die ran. Nein, Jockey. Oh ja, jetzt musst du nachladen. Das ist dein Scheiß. Sehr okay, danke. Dann eben nicht. Na gut. Sehr gut. Hey Bill, verarzt dich. Ja. Äh, Marvin? Ja? So, nur Wetter wird, glaub ich, nett. Nein. Oh. Ich hab dir diese Stolz... Ich hab dir diese Stolz... Ja, das ist zum Kotze, ne? Ich hab dir diese Stolz... ... spiel für den Stolz... ... und was ... Lade nach! dann kann ich glaube entsprechend klicken ich habe alle kanüste runtergeworfen den weg meinten die das quasi abgebrannt ist das wo ich gerade das feuer losgezündet haben kein feuer gemacht einen zaun da hinten wenn sie sagt der weg ist frei dann meint die dadurch ja genau Ja. Danke, Kay. So. Hier können wir weiter! Es ist frei! Ja? Na dann YOLO! Ich lade nach! Ah! Hint raus! Ich hab die Unterstützung! Achtung! Komm weiter, Junge! Wir sind noch nicht fertig! Die Schweine bringt dich, schließe dich selbst, komm! Lass mal weiterlaufen! Achtung, da ist ne Witch! Ah scheiße, was kann ich jetzt brauchen? Witz haben wir! Einfach ohne Licht an der vorbeilaufen! Die? Wir können schon an der vorbeilaufen! Ich wollte rückwärts laufen! Natürlich, guck doch! Ich bin rückgelaufen! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ich wollte rückwärts laufen! Deswegen hab ich gesagt, das kann ich jetzt gebrauchen! Der bloß auf die Witch zu produzieren! Nein! Nein! Oh Mann! Der Bot wie das Blödquäse zum vorbeiläuft! Das tut weh! Oh, wieso muss ich eigentlich immer nachladen? Oh, wieso muss ich eigentlich immer nachladen? Bordwitz! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Du-du-du-du-du-du! Da stehen zwei Leute vor mir. Pass mit dem Ding auf. Scheiße. Ganz komisch. Oh nein. Oh nein. Ach Scheiße. Ich brauch irgendeine Medi-Kids, ich hab grad mal sie eingesammelt. Nee. Verlass mich mal noch. Ich hab noch über 50 im Ding. Fast schon. Oh, da liegt Marmelzeug. Hier ist ne Waffe. Ach. Hier gibt's Waffen. Hey, wartet mal. Der Flughafen geht jetzt. Das ist elend. Oh Mann. Wahrscheinlich nicht. Laden nach! Hm. Fuck! Was? 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 Auch wo du hinschießt. Hier gibt's Wallis. Granate! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ahhhhhhhhhh. Du musst nicht tot sein. Dich kann dir zwar hohhelfen, aber... Wie schnell verarzen. Haut dich der nächste Stefan endgültig um. Wo müssen wir denn hin? Ich glaub er hat was gefunden? Weiss ich noch nicht. Ich glaube aber ja. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ......